Astrid! Astrid! Brinu hat jetzt die Brigadelle drüber! Ach, Mann! Was soll hier rüber? Brinu hat den Scheißding! Wohin geht's denn? Freunde von meinen Eltern haben ein Segelboot. Ach, Scheiße. Dann ist ja gut. Ja. Wohin geht's denn? Ich glaube, wir waren ein bisschen lange jetzt, oder? Ja, ich glaube auch. Okay, warte mal. Sehr gut. Astrid studiert auch. Lass ihn nochmal machen. Entschuldigung. Ja, ich wollte eigentlich zu Herrn Kampmann. Scheiße, Wiesenkamp. Stieg! Bist du bekloppt, Junge? Ja, okay. Ich hab jetzt nicht gedacht. Nein! Nicht! Bist du bekloppt, Junge? Ach, du Scheiße! Das sind unsere Kanten drin! Bist du bekloppt? Ich hau dir in die Arme also! Verdammte Scheiße! Stopp, stopp! Scheiße! Scheiße! Oh nein! 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 Das ist nichts, Freund! Nee, 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 Sportsfreund! Das ist Chef 1, Chef 2. Quatsch! Du wolltest dazwischen, hör bloß! Aber Jungs, das ist ein Künstler, der übertreibt ganz gerne mal ein bisschen. Das wisst ihr doch. Toll! Dann sagt dein Regisseur immer, er sollte im nächsten so eine Welle machen. Ich schreib das ja auch nicht umsonst. Moment, so war das gedreht jetzt? Ja! Ey da! Halt den Dämpfer! Alter, das ist aufziehe. Alles klar? Komm! Herr Zug, Kalle, ich kann dir einen guten Preis machen. Aber das unbehandelte Nat... Was soll ich denn mit den... Was soll ich denn mit den... Was soll ich denn mit den Ökoscheiß? Was soll ich denn mit den Ökoscheiß? Sag mal! Du willst mir jetzt... Ich bin ja im Krankenhaus... Aber ich nehme den Ökoscheiß. Kalle, ich kann dir einen guten Preis machen, aber das unbehandelte Nat... ...nat... 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 ...kostenvermögen! Hör zu, Kalle, ich kann dir ein gutes Angebot machen. Aber die unbearbeiteten... ...Fritzken... Was interessiert mit deinen Sprachfehler? Pass auf, was ich brauche! Kalle, ich kann dir einen guten Preis machen! Ja? Wofür denn? Ja, wenn mir das jetzt mal einfallen würde. Ich würde sagen, ich bin Demandrier. Wir müssen den Kampf mit den Räumdienst benachrichtigen! Komm mal! Ja! 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 Was ist mit dir denn hier? So, für Kalle... Danke! Hallo! Ist das ein Ätlam-Shake? Ja! Wow, das war ein Lieblingshake. Hast du ein bisschen recht geschlafen? Ja, baldes Ruh! Ich gib dich baldes Ruh! Wir haben mal richtig beherrlicht. Wir sind aber arschlich! Ja, Mann, ich will mich! Und bitte! Werner! Mach dich nicht unglücklich, komm runter! Hey, 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 moin, moin! Ich darf doch nicht in die Kamera reingucken! Nee, nee, nee!